So, jetzt grüßt euch meine Damen und Herren, ich komme wieder zurück zu Dead Rising 3, History of War, Space Age, Museum of Whatsoever. Bup, bup. Uiuiuiuiui. Ich hab mich doch letztens, letztens, letzte Folge, hab ich mich doch beschwert, dass die Steuerung irgendwie so shitty ist. Und auch hab ich mich deutlich beschwert, dass, ähm, what the fuck, ein Axtwerfer, Junge, hab ich mich ja beschwert, dass hier die Steuerung so kacke ist und ich weiß woran es liegt, oh mein Gott. Ja, in der Tat. Müssen wir halt echt. Okay. Junge, ey. Kann man sagen, dass, oh, 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 Bienenkönigin. Das ist doch irgendwas Cooles. Das war doch irgendwas Nices. Ach, da oben ist er. Ja, cool. Witzig. Okay. Hehehe. Ups. Ui. Ah, jetzt ist er gut. Meine Güte. Okay. Gibt es jetzt zufällig sowas? Yes. Thank you. Passt. Alles klar. Okay. Okay. Ähm, ach so, hier. Hä? Weißt du, untersuche die Anlage. Okay. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Diego! Haha. Das ist cool. Du musst damit aufhören. Diego! Wolle, ich bin gebissen. Oh, yeah. Hä? Hör zu, bitte. Wir müssen hier raus. Wir haben keine Zeit für sowas. Geht bald eine Bombe hoch. Wir müssen hier weg. Verstanden. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Verdammt, Erde an Diego. Verdammt. Hä? Hä? Was jetzt? Oh, wow. Was ist denn los mit dir? Okay, warum ist der so komisch? Okay. Alien, die das ist wichtig, die Anlage. Lass das sein, Mann. Oh, was kommt jetzt? Oh, je. Oh, je. Oh, je, oh, je, oh, je. Was hat er jetzt für ein absolut... Oh, fällt jetzt runter? Hä? Was ist jetzt? Ui, ui, ui. Ach, komm. Ist das nicht dein Ernst, oder? Au! Ähm, okay. Ja, ganz witzig. Ich brauch irgendwas zum Essen. Äh, what? Okay. So. So. Alter, du musst aufhören. Oje. Oh, okay, wie auch immer ich von dem hätte. So. Hä? Was ist denn jetzt bitte schon los? Weil es wäre ja mein bester Freund, dachte ich. Diego! Diego! Pachamama! Tut mir leid, dass ich das tun musste. Bitte, steh auf! Ach so, wir sind alle cool. Ist nichts passiert. Er wollte mich umbringen, aber alles gut. Alles gut. Alles gut, okay. Das ist so super strange. Ja, kenne ich doch. Kalito Keys? Ja. Das war der Verursacher vom Ausbruch 2006 in Villamette. Seine Schwester Isabella half ihm. Sie holten den Parasit aus Zentralamerika. Was ist mit ihm passiert? Hä? Er ist totschätzig. Und sie ist danach verschwunden. Dabei sollten sie diesen Scheiß nach Fortune City doch unter Kontrolle haben! Ich dachte, mit den Zomrec-Chips tanzt keiner mehr aus der Reihe! Sieh mal hier! Hä? Siehst du das? Das macht mir eine Scheiß Angst, Mann! Dieser Zombie soll den Smith wohl Ausbruch im Jahr 2007 begonnen haben. Das war der erste Ausbruch nach Villamette. Sieh dir seinen Hals an! Nein, 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 Scheiße, Mann! Was bedeutet das? Ich weiß es nicht! Sollten es! Okay, wir müssen uns erst auf die lösbaren Probleme konzentrieren, ja? Ich bin beim Anzug. Wir könnten dann raus, was vor sich geht. Du hast den Schlüssel, richtig? Ach, Scheiße! Diese Gang-Typen haben mich ausgerafft. Ich war so fertig. Sie haben den Flugzeug-Schlüssel. Nick, holen wir ihn zurück! Äh! Oh, 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 oh. Was gibt's, Mann? Nichts, Mann. Nichts. Oh, oh. Alles gut. Suchen wir die Schlüssel. Er wird sich mutieren. Oh, no! Oh, yeah. So. Habe ich euch jetzt eigentlich mal gesagt, warum die Steuerung so kracke ist? Ne. Weil das Spiel ein Konsolen-Port ist. Und im Konsolen-Port, oh mein Gott, ist es die Blanca. Ach, du meine Güte. Was für ein Stück Dreck. Echt. Scheiße, Mann! Ist das geil, oder? Woher weißt du, wo sie hingegangen sind? Sie meinten, sie wollten zu den Wilden machen, wo die reichen Leute wohnen. Ähm, ein Konsolenport und auf der Konsolen gibt es natürlich, äh, Bewegungsgeschwindigkeitsnachhilfen. Ein Bruststrahl. Achso, und dann noch quasi, echt ohne Scheiß, du dummes. So, den gebe ich jetzt einfach mal ihm. Keine Ahnung, was der macht. Hier. Was? Ach, das ist dir zu fein, oder was? Ja, komm. Okay, dann nimm doch einfach den Kack. So, okay, alles klar. Wie gesagt, das nennt man auch Acceleration, Mouse Acceleration, das ist eine ganz schlechte. Da tut man quasi die, die... Ja. Yep, auch ziemlich frech, aber okay. Okay. Also. Ach, hey, wir haben hier nen neuen Psycho. Ah, wie schön. Ah, wie schön. Äh, möchtest du fahren? Danke. Komm, wir da drüber, komm, wir da drüber, komm, wir da drüber. Ja. Hilfe! Hilfe, bitte! Pfiuh! Okay. Nein, keine Hilfe ist unterwegs. Äh, Road Closed. Wann ist da die... Road Closed? Ah, alles klar. Warum auch immer, auf einmal instant gestorben, weiß man nicht. Hä, warum ist da... Wann ist die Straße hier blockiert? Das ist neu, das ist super neu. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Keine Zombies? Jordan ist tot. Okay. Hä? Das ist eine ziemlich laute Musik. Oh, hi. Okay. Ah, ja. Ah ja. Okay. Oh, hey. Alter Schwede! Wow! Ich sehe die Gang mit wieder. Ich sehe die Gang mit wieder. Wow! Wow! Yay! Yes! Oh, boi. Okay. Okay. Passt, oder? Hä, kommen wir hier überhaupt irgendwo vorbei? Komm doch hier mal original nirgendswo vorbei. Ah, wir sind eingesperrt. Ach, wie schön. Das gibt's nicht. Hier können wir durch. Yes. Perfekt. Ach, da ist noch einer. Ja, seine Freunde sind daher tot. Sorry. Okay. Okay. Ähm. Sind wir richtig? Yes, sind wir. Bitte halten Sie sich rechts. Äh, links. Ja. Ja. Alles klar. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Halten sie sich immer noch. Ja. Es sind so viele. Ich werde abgebremst. Wahnsinn. Alles klar. Zack. Wuhuuu. Sick. Ohne das Tattoo. Kein Problem. Boah. Okay. 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 Ioi, 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 ioi. Uu, ioi, ioi, ioi. Nein, nein, pschsch, psch. Du bist dicht hinter mir, oder? Yes, er ist dicht hinter mir, sehr schön. Hangar. Komm. Natürlich. Nope. Diego. Mein Gott. Okay. Ja, sowas mit der Maske. Nein. Das ist so gut mit der Maske. Oh, yeah. Wow. Was? Sie hat doch jetzt genug. Es ist extremst wichtig, dass sie diese Kiste lackiert, anstatt dass sie einfach mal sich gleich mal einfach einen Gedanken gemacht. Meine Güte. Du musst um die Ecke denken, wenn du überleben willst. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, aber ich habe ein paar PPIs. Genau. Das wollte ich kriegen. Wir bekommen jetzt noch einen zusätzlichen Würfel und eine überlebende Wiederholung. Bam. Okay, das ist geil. Ach, erst ab Level 50. Witzig. 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 Okay. Ja, gut. Schnelligkeit beim Fertigen von Intelligenz. Ja, das ist wichtig. Neuer Spezialmusschaden durch Stürz. Ach, Minus. Okay. Erholung durch. Aha, aha, aha. Wendigkeit beim Strind. Zombie-Mengen durchtauchen. Unbegrenzter Sprint. Okay. Wow. Unzerstörbare Fahrzeuge. Was? Was? Okay. Naja, gut. Ich halte mich jetzt erst mal auf. So, okay. Gut. Dann, äh. Gehe ich doch einfach wieder. Als er eigentlich nicht da gewesen wäre. Hey, Dick. Der Bombenprügel. Oh, wow. Nein, das sieht nicht gut aus. Ähm. Aber gibt es hier nicht sowas wie einen Waffenschrank? Excuse me. What the fuck is that? Tennis-Outfit. Yeah. Hä, 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 hä. Okay. Alles klar. Hier muss es doch... Ey, es gibt es doch nicht. In jedem einer Unterküfte ist es ein verdammter Waffenschrank. Okay. Na, von mir aus. Von mir aus. Tschüss. So. Sieh dich um, während Ronda erforscht. Ja, also was wir machen könnten, ist mal hier hingehen. Weil da gibt es ein Häuschen. Schnell reißen können wir nicht, ne? Das ist ja auch eine Schande. Ah ja, sehr schön. Okay. Gabelwerkler? Jawohl. Jawohl, ja. Kumpel. Nicht mitgenommener Typ. Das ist doch. Geh. Schmuggelkonditionen. Ich glaube tatsächlich fast, ich bin schneller, wenn ich einfach zu Fuß gehe. Das mag sich echt dumm anhören, aber ich glaube, ich bin schneller. Wenn ich hier rechts gehe. Lassen Sie mich durch. Ich habe Kinder und einen Arzt. Okay. Oh je. Ich glaube, ich bin fast schön. Warte. Nein, ich vergesse es. Ich vergesse es. Hallo, laufen Sie doch. Meine Güte. Komm ich hier rein? Nein. Komm ich hier rein? Nein. Komm ich hier rein? Nein. Ich komme überall nicht rein. Ja, lege Leute. Oh, warte. Was wartet? Hier sind... Hier ist ein römisches Licht. Nichts davon ist hier, weil das wahrscheinlich alles da oben ist. Okay. Eine Rock'n'Roll-Braut in Felicia Ladies' Fashions in Central, Mann. Vielleicht geht da ja was. Jo. Umriger Mann im T-Shirt-Laden in Central. Beobachtet die Zombies. Mich wundert echt nichts. Hier oben, okay. Ich muss hoch. Irgendwie muss ich hoch. Hoch, 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 hoch. Aber wie komme ich da hoch? Ah, hier. Yes. Yes. Das ist witzig. Okay. Sächere die Zone. Okay. Halbieren, Querschnitts, drübbeln. Okay. Ja, da ist der Waffenschrank. Da ist er doch. Okay. So. Hey, Nick. Wahrscheinlich lebt in der großen Villa bei Big Bugs in Sunset noch jemand. Schön. Achso. Yay. Okay. Köstlich. Okay. Ups. Okay. Okay. Schusswaffen. Schusswaffen. Perfekt. Also, wir können uns die Railgun holen. Ähm. Stumpfe Waffen, Klingenwaffen, Axtwaffen. Waffen zum Herunterladen. Schockgewehr. Das Schockgewehr können wir uns wiederholen. So. Okay. Super, Kommis. Nein. Wäre eigentlich noch irgendwas richtig Gutes? Ich hätte schwören können, aber wäre noch irgendwas richtig Gutes gewesen. Elektrocrusher. Edelsteine. Nein. Mechanik. Ja, gut. Ich meine, äh. Passt. Statt hier dem, können wir, das Schockgewehr übernehmen. So, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Okay. So. Wir haben jetzt zwei Psychomissionen oder was? Boah, wir haben echt zwei Psychomissionen jetzt. Ja, liebe Leute. Da würde ich sagen, da gibt es doch, äh, hier. Oh yeah. Oh yeah. Wobei, wir machen hier erstmal Pause, würde ich sagen. Wir machen hier erstmal Pause. Oder machen wir Pause? Nee, machen wir nicht. So schnell kann es gehen. Warten Sie mal. Hier geht es ja rüber. Und da war Ihnen ja Sachen so. Da waren hier und da so ein paar Sachen. Dachte ich. Genau. Okay. Haben wir erstmal das. Und dann gab es ja noch einen richtig guten Bauplan. Uh, was ist das denn? Okay. Äh. Äh. Okay. Okay. wie geil ist das denn bitteschön ok wo müssen wir hin wir könnten auch hier runter gehen gehen wir doch einfach da runter dann schauen wir doch einfach mal weil dann würde ich sagen dann fetzen wir erstmal ach hier ist der little d da der wisst schon der mich umgebracht hat nach fünf schüssen weil er es kann ich nicht er schon ok taxi student driver oh warte bin ich falsch ach ja das ist falsch ok besser viel viel besser jawohl ok so das bedeutet für mich jetzt einmal ein new turn machen yes ok ja 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 meine güte kann das irgendjemand bestätigen ob das echt zu schwierig ist ach jetzt nein grad keine zeit schwierig ok ja genau ok ok wow ha das war jetzt ungeplant 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 ah ich muss ja eh hoch ich muss ja eh hoch ich muss ja eh hoch vernichte zombies in der nähe von tracy nein ich muss jetzt erst mal hier hoch Menschen müssen wir auch mal lernen alleine auf sich zu rechts für sich allein zu sorgen so, vielleicht. Okay. Okay, okay, okay. Oh, yeah. Mein Mannsweifel. Oh, oh. Oh, oh. Oh, mein Gott. Oh. Oh, oh. Oh, mein Gott. Oh, je. Oh, je. Wow, alles klar. Okay. Okay, wir machen jetzt erstmal hier ganz kurz Pause, bevor uns, äh, alter Jerry uns diese, keine Ahnung, 200 Kilo Handel um die Ohren schmeißt. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr bei Dead Rising 3 mit mir dabei seid. Mein Mann, oder ich sage Freude. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.